assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh meine lieben geschwister mein name ist jibril und mein ziel auf diesem kanal ist dass ich eine community aufbauen kann in der menschen verschiedener nationen aufeinandertreffen können und über dinge und themen diskutieren können die mir wichtig sind und natürlich auch euch wichtig sind also wenn ihr ein video habt zu dem ich reagieren soll dann post den link doch bitte in die kommentare und ich werde es mir inshallah anschauen in letzter zeit haben mich viele gefragt ob ich ein video in zukunft hochladen werde in dem ich erkläre wieso ich zum islam gekommen bin ich habe mich dafür entschieden dass ich im moment noch kein wieder zu hochladen werde aber ich werde inshallah versuchen mit meinen reaction videos punkte anzusprechen die mich dazu bewegt haben den islam anzunehmen und wieso mit zusammen step by step den islam und auch andere religion zusammen kennenlernen können also seid gespannt meine lieben geschwister lasst ein like da falls ihr euch auf das nächste video freut und abonniert den kanal falls ihr es noch nicht getan haben und wir sehen uns beim nächsten video inshallah wieder assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abonniere